Kurz vor ihrem Kennenlernen flattern Braut und Bräutigam die Nerven. Vor allem Marina wird vor dem ersten Zusammentreffen mit ihrem zukünftigen Ehemann ungewohnt emotional. Ich kenne mich so gar nicht, sagt sie im Gespräch mit Expertin Beate Quinn. Doch die Psychotherapeutin hält die Aufregung für ein gutes Zeichen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Marina die Emotionen zugelassen hat. Und ich hoffe, dass sie es am Standesamt genauso machen kann. Als die beiden dann endlich aufeinandertreffen, ist all die Anspannung schnell vergessen. Ich würde sagen, dass es nicht nur Hochzeit auf den ersten Blick war, sondern vielleicht auch Liebe auf den ersten Blick, beschreibt Kai den Moment später im Interview. Als ich Marina gesehen habe, ist mir die Sprache weggeblieben. Und auch Marina weiß sofort, es kann eigentlich nur gut werden. Beide sagen nicht nur Ja zueinander. Es fällt auch sofort der erste Kuss zwischen dem Paar. Überglücklich starten sie anschließend in die Hochzeitsfeier. Jetzt habe ich nur noch Freude in mir und möchte ihn besser kennenlernen. So Marina. Und am Abend wartet dann noch eine besondere Überraschung auf die Hochzeitsgäste. Denn plötzlich werden sie im Schlossgarten von Oli P. Begrüßt, der für sie den Song 1000 Liebeslieder performt. Ganz anders verläuft das Experiment dagegen für Jochen und Yasemin. In ihren Flitterwochen auf Bali entfernen sie sich immer weiter voneinander. Die beiden haben sich vorerst für eine Pause entschieden. Definitiv war das eine andere Erwartungshaltung. Ich bin eigentlich hier, um meine Frau kennenzulernen, gibt sich Jochen enttäuscht. Die Chemie zwischen uns beiden, die ist halt nicht so da, lautet dagegen Yasemins Erklärung, die sich die Auszeit zuerst gewünscht hatte. Sie entscheidet sich schließlich auch dafür, aus der gemeinsamen Suite auszuziehen. In Namibia wachsen Marina und Robert dagegen immer weiter zusammen. An Marina stört mich aktuell gar nichts. Es ist einfach Wahnsinn, die Basis, die wir jetzt schon haben, so Robert. Und auch Marina sagt, bis jetzt habe ich nichts entdecken können, was ich nicht an ihm mag. Alexandra und Heiko sind noch einen Schritt weiter und bereits zurück in ihre Heimat angekommen. Auch bei ihnen scheinen die Experten und Expertinnen genau ins Schwarze getroffen zu haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so blind und toll verstehen. So Heiko, der nun auch zum ersten Mal Alexandras Wohnung in Schwebisch Hall kennenlernt. Die beiden wohnen nur rund 60 Kilometer voneinander entfernt. Schön! Hier fühle ich mich wohl, lautet sein Fazit. Nachdem Bianca nach ihrem Ja-Wort zunächst von Zweifeln gequält wurde, starten auch sie und Oliver ins Liebesexperiment. Es ist noch ein sehr ungewohntes Gefühl, neben ihm zu sein. Das ist alles noch ein bisschen holprig, sagt die Braut am Hochzeitsmorgen. Doch Oliver glaubt weiter fest an eine gemeinsame Zukunft. Wir beiden können gut lachen, das passt schon von der Harmonie.